grüß dich schön dass du wieder bei mir gelandet bist kaum zu glauben aber war ich habe wirklich mehr als zehn abonnenten schon und ich muss ehrlich sagen als ich vor nicht allzu langer zeit mit youtube videos begonnen habe hätte ich mir nie gedacht dass es wirklich gleich mehrere leute gibt die meinen kanal abonnieren werden und ich möchte ein ganz ganz großes dankeschön aussprechen an dich und an jeden einzelnen der auf den abonnieren knopf gedrückt hat ich freue mich wirklich über jeden einzelnen sehr und ich hoffe das merkst du auch und jetzt habe ich mir gedacht wie könnte ich denn noch danke sagen und habe jetzt die idee geboren meinem zehnten abonnenten ein kleines dankeschön zu schicken und zwar war mein zehnter abonnent der youtuber mit dem namen crazy mäuschen also wenn du dieses video jetzt siehst crazy mäuschen vielen vielen dank du hast das glück gehabt und bist mein zehnter abonnent ich würde gern ein kleines geschenk schicken also wenn du das gerne haben möchtest dann lass mir doch über youtube eine nachricht zukommen einfach auf meinem auf meinem kanal ist ungefähr da drüben ein knopf oder drauf drücken kannst mit nachricht senden schickt mir doch eine nachricht mit einer adresse wenn du unter 18 bis dann fragt bitte deine eltern zuerst um erlaubnis ob du das auch darfst und dann würde ich dir gerne eine ein kleines dankeschön schicken weil ich mich wirklich total freuen und ja auch natürlich an alle anderen ein großes dankeschön ich kann natürlich nicht jedem was schicken aber ich freue mich wirklich über jeden einzelnen der meinen kanal abonniert und ich hoffe du schaust auch weiterhin gerne zu und wer weiß vielleicht kommen noch ein paar dazu und es gibt dann wieder mal ein geschenk das würde mich natürlich sehr freuen und es ist wirklich so dass es jeden tag spaß macht youtube aufzudrehen und mit zu fiebern und zu schauen ob es wirklich noch jemanden gibt der meinen kanal abonniert hat also vielen 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 lieben dank und ja ich hoffe du bleibst dran es gefällt dir weiterhin ich freue mich immer über nachrichten über kommentare über anregungen was du gern noch sehen möchtest ich gebe mir ganz große mühe und ich hoffe das merkt man und ich hoffe du bleibst dran und ich höre bald wieder von dir und falls du noch nicht abonniert hast freue ich mich wenn du meinen kanal auch noch abonnierst dann ein riesengroßes dankeschön und bis zum nächsten mal Bye.